Eines der interessantesten Features in Watch Dogs Legion ist das Play as Anyone Feature. Das bedeutet, dass ihr theoretisch und auch praktisch natürlich jeden NPC in der Stadt für eure Sache anwerben könnt. Das interessante dabei ist, dass jeder NPC eben auch andere Fähigkeiten hat, einen anderen Beruf hat und somit euer Team ganz individuell verstärken kann. In diesem Video möchte ich euch mal meine 5 Top-Picks zur Zeit zeigen, mit denen ihr euer Team auf jeden Fall sinnvoll verstärken könnt. Ich zeige euch, wo ihr die Jungs und Mädels bekommt und wie das Ganze funktioniert. Zuallererst muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man erstmal vernünftige Rekruten finden muss. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach die NPCs in der Welt scannt. Diese NPCs haben wie gesagt verschiedene Berufe und bringen immer eine unterschiedliche Anzahl an Fähigkeiten mit. Die können von 0 bis zu 4 Fähigkeiten reichen und natürlich sind Rekruten mit 4 Fähigkeiten schon wirklich Top-Rekruten. Wie man hier sehen kann, schaue ich mir die Leute einfach an, scanne sie dann einmal durch und kann somit sehen, wer was kann. Wenn ich dann einen interessanten Rekruten gefunden habe, speichere ich mir diesen ab und kann ihn dann hier in meinem Team bei den potenziellen Rekruten wiederfinden. Um diese Menschen dann zu rekrutieren, müssen wir jeweils immer eine kleine Mission absolvieren. Die ist relativ kurz, aber frischt auch so ein bisschen das ganze Spielgeschehen auf. Von daher ist das eigentlich auch immer eine ganz nette Abwechslung. Das bedeutet, ihr habt euren Lieblingscharakter gefunden, scannt den durch, speichert euch den ein und geht dann eben auf die Rekrutierungsmission. Es gibt allerdings auch immer wieder Rekruten oder Menschen, die eben DeadSec nicht so einfach beitreten wollen, die vielleicht sogar negativ gegenüber DeadSec eingestellt sind. Das macht aber auch nichts, weil auch diese Leute kann man überzeugen. Das geht allerdings nur, wenn man dann wiederum sich eine kleine Fähigkeit freischaltet. Die findet ihr hier unter Technik und zwar den Deep Profiler. Den sollte man sich relativ früh im Spiel freischalten. Dann könnt ihr nämlich jeden rekrutieren und wie man dann hier sehen kann, ihr geht einfach dann auf den Rekruten, der euch interessiert. Und dann könnt ihr nämlich ins Tiefenprofil dieses Rekruten gehen und dort eben dennoch mal sozusagen eine zusätzliche Mission dadurch freischalten, wodurch ihr den Rekruten erstmal überzeugt, DeadSec beizutreten. Und dann geht es eben an die normale Rekrutierungsmission und sobald ihr die geschafft habt, ist der Rekrut dann auf eurer Seite. Auch noch ganz interessant für Rekrutierungsarbeiten sind diese leuchtenden grünen Punkte auf der Map. Die zeigen euch nämlich immer ganz besondere Rekruten. Das heißt, das sind immer halt Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Hier sieht man das Ganze. Der junge Mann hier ist Fluchtfahrer, auf den kommen wir auch gleich nochmal zurück. Und der hat dann eben auch gleich vier Fertigkeiten mit an Bord. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo auf der Map so einen grünen Punkt findet, dann sprecht diese Menschen auf jeden Fall an und speichert sie euch ab. Egal, ob ihr sie jetzt gerade braucht oder nicht. Das sind dann nämlich immer Top-Rekruten, die man sich auf jeden Fall dann irgendwann mal anschaffen kann. Das also erstmal zu den Grundlagen. Aber kommen wir jetzt zu den Rekruten, die ich insbesondere am Anfang des Spiels für wirklich sinnvoll halte und die euch das Leben auch entsprechend erleichtern können. Zuallererst wäre da ganz einfach der Bauarbeiter. Und da brauche ich auch nicht viel erklären. Den kriegt ihr nämlich auf jeden Fall im Laufe der Story ziemlich früh. Den müsst ihr nämlich rekrutieren. Ansonsten gibt es Bauarbeiter natürlich auch an jeder Baustelle. Wenn ihr durch die Story eben den Bauarbeiter rekrutieren müsst an dieser einen Baustelle, dann schaut einfach drauf, dass ihr dort einen nehmt, der eben auch viele Fertigkeiten mitbringt und nicht nur zwei hat. Ich habe hier auch wieder einen mit vier Fertigkeiten. Das ist dann schon mal ganz gut. Aber der große Vorteil an den Bauarbeitern ist eben die Fähigkeit, sich eine Frachtdrohne zu rufen. Letzten Endes kann jeder Charakter im Spiel sich eine Frachtdrohne schnappen. Die müsst ihr euch dann aber erstmal suchen, müsst die deaktivieren und so weiter und so fort. Und der Bauarbeiter kann sich eben jederzeit eine dieser Frachtdrohnen holen. Und die können euch gerade zu Beginn des Spiels wirklich hart das Leben erleichtern. Ihr könnt diese Drohnen nämlich kapern und sogar auf denen drauf sitzen und dann auf den Drohnen frei durch die Stadt fliegen. Die Dinger sind zwar nicht besonders schnell, trotzdem kann man dadurch gut Wege abkürzen. Ihr könnt mit den Dingern relativ easy in gesperrte Bereiche reinfliegen, ohne dass ihr sofort gesehen werdet. Und ihr könnt mit den Frachtdrohnen eben auch sehr einfach an die Technikpunkte kommen, die überall in der Stadt verteilt sind. Die Technikpunkte, das sind ja sozusagen die Punkte, mit denen ihr euch die Fertigkeiten freischalten könnt, die für alle Charaktere dann eben freigeschaltet sind. Von daher der Bauarbeiter mit seiner Frachtdrohne in meinen Augen ein absolutes Must-Have. Und wie gesagt, den bekommt ihr sowieso ziemlich zu Anfang des Spiels schon hinterher geschmissen. Passt da dann einfach auf, dass ihr euch einen guten Bauarbeiter nehmt und mit der Frachtdrohne werdet ihr dann auf jeden Fall viel Spaß haben. Die zweite Profession, die man sich auf jeden Fall ins Team holen sollte, ist eben der oder die Hacker. Und Überraschung, Überraschung, was kann ein Hacker natürlich? Ein Hacker kann hacken. Die sind zwar ansonsten im Kampf und so nicht so stark, aber da ihr im Spiel eben relativ häufig Dinge hacken müsst, ist ein Hacker einfach eine sinnvolle Sache. Ihr könnt mit einem Hacker Schlüssel kopieren, Dinge schneller downloaden, generell schneller hacken. Ihr habt eine höhere Reichweite für eure Hacks. Von daher macht das schon Sinn, sich so einen zu holen. Ich habe hier meine Profi-Hackerin durch die Ultimate Edition bekommen, aber ihr könnt auch so Hacker relativ leicht im Spiel finden. Das passiert nämlich eigentlich auch relativ schnell im Laufe der Storyline. Dafür müsst ihr den Bezirk Camden in die Defensive zwingen. Klingt schwerer als es ist, ist eh Teil eurer Mission. Dazu müsst ihr immer drei von diesen roten Aufgaben je Viertel erledigen. Und dann bekommt ihr nämlich als Belohnung auch einen Profi-Hacker. Von daher sollte euch auch so ein Hacker relativ früh im Spiel dann zur Verfügung stehen. Der dritte Charakter im Bunde, den ich gar nicht mal so schlecht finde und der mir bis jetzt auch sehr gut weitergeholfen hat, ist der Barnacle-Kämpfer. Die könnt ihr auch über die Nebenmission Barnacle-Fighting oder so heißt die bekommen. Dazu müsst ihr eben in so einem Fight Club fünf Kämpfe gewinnen. Und dann könnt ihr euch eben aus dem Pool der Kämpfer da einen aussuchen. Wobei dabei immer einer dabei ist, der eben ganz speziell ist, der irgendwie auch wieder mehr Fertigkeiten mitbringt oder eben eine besondere Fertigkeit am Start hat. Meiner hier hat zum Beispiel den Sammelruf, was sehr, sehr praktisch ist. Der kann nämlich Freunde zum Kampf dazu holen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo prügelt, kommen dann noch ein paar NPCs dazu und kloppen mit drauf. Ansonsten natürlich hier auch wieder relativ logisch, ein sehr guter Nahkämpfer. Durch den Nahkampf kann mein Barnacle-Fighter hier auch noch Geräte aufladen. Der kann Gegner ins Taumeln bringen. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Anschaffung. Ich finde, mit ihm hier kann man auch noch ganz gut durch die Gegend schleichen. Und wenn es dann eben zum Handgemenge kommt, dann hast du da auf jeden Fall einen potenten Fighter am Start, der die Leute umkloppen kann. Generell gehe ich in diesem Spiel eher auf Nahkampf als auf Fernkampf. Von daher ist der Barnacle-Fighter eine sehr gute Verstärkung für mein Team. Auch nicht zu unterschätzen sind Sanitäter oder eben medizinisches Fachpersonal, sage ich mal. Die Sanitäterin, die wir hier sehen, die hat eben einen uniformierten Zugang. Das bedeutet, dass sie eben in gesperrte medizinische Einrichtungen einfach so reingehen kann, ohne dass sie angegriffen wird. Das gilt übrigens für viele Berufszweige. Wenn ihr einen Polizist zum Beispiel habt, dann könnt ihr mit dem eben auch in Polizeistationen reingehen, in die gesperrten Gebiete, ohne dass ihr da angegriffen werdet. Von daher Polizisten mit Sicherheit auch eine sinnvolle Verstärkung. Ich habe allerdings die Sanitäterin gewählt, die, wie gesagt, in die medizinischen Einrichtungen so reingehen kann. Die hat dann noch einen Krankenwagen als eigenes Nutzfahrzeug. Das ist jetzt nicht so wichtig. Was ich tatsächlich wichtig finde an der Sanitäterin, ist die Team-Krankenhaus-Entlassung. Das bedeutet, wenn einer eurer Rekruten verletzt wird und ins Krankenhaus kommt, bekommt ihr mit der Sanitäterin diesen Rekruten da ganz schnell wieder raus. Auch hier wieder gleiches gilt für einen Polizisten. Wenn ihr einen Polizisten im Team habt und einer eurer Rekruten inhaftiert wird, bekommt ihr den eben auch schnell raus. Da bei mir die Wahrscheinlichkeit bisher aber immer höher war, dass ich eben aufgrund von Verletzungen ins Krankenhaus komme, anstatt in die Zelle, habe ich mir eben die Sanitäterin gewählt. Auf jeden Fall eine gute Verstärkung fürs Team. Wenn ihr die im Team habt, dann bekommt ihr eure Leute schnell aus dem Krankenhaus wieder raus. Medizinisches Fachpersonal findet ihr natürlich in den verschiedenen medizinischen Fakultäten Londons. Da könnt ihr euch auf jeden Fall jemanden wegholen. Oder aber, wenn ihr Glück habt, wie ich hier, dann macht ihr es ganz einfach und schaut einfach, dass irgendwo ein Krankenwagen auf der Straße rumfährt und dann kapert ihr diesen Krankenwagen. Wenn ihr den nämlich stehlt, drückt ihr die medizinische Fachkraft aus dem Auto raus. Die hat jetzt hier so ein bisschen Schiss gehabt und geht deshalb stiften. Trotz alledem könnt ihr sie dann noch überzeugen. Die war jetzt natürlich erstmal negativ eingestellt gegenüber DedSec, weil ich sie aus ihrem Fahrzeug geschmissen habe. Aber wie gesagt, durch das Tiefenprofil könnt ihr sie dann auch am Ende noch überzeugen. Ihr müsst dann eben einen Mission-Step mehr haben. Aber das ist auf jeden Fall ein einfacher Weg, um an einen Sanitäter oder ähnliches zu kommen. Meine letzte Empfehlung für euer Team ist dann der Fluchtfahrer. Warum ein Fluchtfahrer? Mit dem könnt ihr eben einfach schneller und einfacher durch die Stadt rasen. Zum einen hat der Fluchtfahrer eben einen schnellen Sportwagen immer direkt am Start, der ordentlich Tempo gibt und mit dem ihr schön rumrasen könnt. Und außerdem sieht man hier die Anti-Jagdfähigkeit. Das bedeutet, der hat Jagddrohnen-Immunität. Das wiederum heißt, dass die Jagddrohnen, die in der Stadt unterwegs sind, euch in eurem Auto nicht verfolgen können. Dann haben Fluchtfahrer noch die Aus-dem-Weg-Fertigkeit. Dadurch könnt ihr Fahrzeuge hacken, die euch im Weg stehen und die machen euch dann einfach Platz. Das bedeutet, für jede Mission, wo ihr irgendwie schnell unterwegs sein müsst, wo ihr schnell flüchten müsst oder was auch immer, ist der Fluchtfahrer auf jeden Fall eine sinnvolle Verstärkung, weil ihr mit dem einfach ratzfatz durch die Stadt rasen könnt. Ich habe hier in diesem Fall Glück gehabt mit meinem Fluchtfahrer. Das habe ich ja vorhin schon erzählt, dieser grüne Punkt auf der Map. Der wurde mir eben angezeigt und da hatte ich dann direkt hier einen Top-Fluchtfahrer am Start gehabt, der sogar noch eine Brechstange dabei hat. Den habe ich natürlich gleich wegrekrutiert. Das war dann relativ easy und damit hatte ich dann gleich einen sehr guten Fluchtfahrer. Ihr könnt aber auch gezielt nach Fluchtfahrern suchen. Dazu müsst ihr in den Bezirk Tower Hamlets. Den müsst ihr aufsässig machen. Das funktioniert wieder dadurch, dass ihr die drei rot markierten Aufgaben erledigt. Danach müsst ihr dann noch ein Rennen gegen die Zeit gewinnen. Und wenn ihr das schafft, dann schaltet ihr auch eben wieder ganz normal über die Mission sozusagen einen Fluchtfahrer frei. Wenn man sich dann zu diesen Fünfen jetzt noch einen Charakter dazu holt, der vielleicht gut ballern kann, einen Profikiller, einen Spion, einen Polizist, was auch immer, dann hat man auf jeden Fall ein sehr potentes Team am Start. Durch die Ultimate Edition oder das Ultimate Pack bekommt ihr ja auch noch so einen Ballermann-Typen dazu. Von daher, den benutze ich dann jetzt zum Beispiel immer. Ich würde sagen, eben mit diesen fünf Kerntypen plus noch einem Baller-Typen habt ihr ein Team, mit dem ihr fast jede Mission schaffen könnt. Was noch dazu zu sagen sei, ich habe euch ja jetzt so zum Teil immer erklärt, wo ihr diese Rekruten finden könnt. Letzten Endes könnt ihr aber eigentlich überall in der Stadt jedem begegnen. Also der Fluchtfahrer kann euch auch einfach so über den Weg laufen oder euch wird irgendwo, wie jetzt auch wieder bei mir in dem Fall ja der Fluchtfahrer, euch wird irgendwo eben so ein Special-Rekrut angezeigt. Dann könnt ihr auch Glück haben, dass das eben einer ist, der in euer Team passt. Wie sieht euer Team aus? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Vielleicht finde ich da ja noch ein paar Anreize, mein Team ein bisschen zu optimieren. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video hier ein bisschen geholfen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Watch Dogs Legion versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reindeau.